Na, den habe ich mir jetzt gerade geholt. So was wie ein Halloween-Event gibt oder sowas, da gibt es dann vielleicht richtig geile Sachen. Den Wukong habe ich mir gerade geholt. Den kann ich, wenn ich mit dir handeln könnte, würde ich dir den holen, aber kann ich nicht. Weil, guck mal, die kommerziellen Heldinnen daneben, die sind meine. Und den Osterhasen, den will ich nicht. Wie sieht denn der Wukong aus? Der Affe. Ja, das ist, geh mal auf Beute und dann Event. Ja, das kann ich halt nicht, weil sonst habe ich die... Achso, ne, äh, ich kann ihn ausrüsten, dann kannst du ihn sehen. So, ist bei mir jetzt drin. Du musst halt damit einmal spielen. Ja, kann ich machen. Okay, ähm, dann machen wir die, die unterste Mission, die hat, oh, Schwierigkeit, 19 aber, gell? Äh, ne, warte mal, die hatte nicht, 19. Ja, dann ziehst du wahrscheinlich an. Ich komme da nicht rein. Ja, ja, du ziehst andere halt. Weh mal eine an, bitte. Ja, hab ich, aber ich muss die aus, also wenn ich die auswähle, dann startet die Mission. Ja, ich kann da nirgendwo reingucken. Na, aber 19 ist okay, ich meine... Du hast gesagt, du brauchst noch Regentropfen? Hm, ja, die mach ich so. Da, da gibt's 10 Regentropfen. Als zusätzliche Mission. Ja, die hast nur du dann. Oh, kann sein. Ich hab eine, da krieg ich 5 als Bonus. Die hatten wir gerade. Ja. Ne, die hatten wir nicht. Hm, naja gut, aber bei der, die wir gerade gemacht haben, da haben wir das auch bekommen. Ja, weil's die da, weil's die da, ne, keine Ahnung. Also hier gibt's quasi zeitlich begrenzt nochmal 5 Regentropfen oben drauf bei der Mission. Genau, und das hatten wir gerade eben bei der, die wir gemacht haben auch. Ach cool, ich hab jetzt meine, meine Kriegerin eigentlich auch, äh, da gestellt. Cool. Okay, sollen wir dann die, äh, die, äh, die, äh, jetzt direkt eine zweite Mission? Mhm. Oh, Moment bitte. Ja, können wir. Geht schon los? Ja, lädt grad schon. Echt? Bei mir lädt nix. Hä? Bei mir auch nicht. Ah, doch jetzt. Jetzt siehste. Warum hab, warum hab, warum hab ich jetzt nicht siehste. Ah, den, okay. Ja, ne, das kann ich ja wieder ändern. Warum hab ich jetzt die Maske nicht auf? Warum liegt da Stroh? Das sieht ja scheiße aus, oder? Wo liegt Stroh? Das ist ja viel zu, viel zu gestiegelt. Ja, das sieht ja sehr schön. Wie Prinz, Prinz Charming von Schreck. Ja eben. Das sieht ja scheiße aus. Hehehe. Ich bin mit meiner Kriegerin. Ich bin mit meiner Kriegerin. Ah ne, mit meiner India. Susi. Wow. Lady. Bekämpfe den Sturm, okay gut. Halte dich für eine wichtige Wetterwarnung bereit. Warum hab ich... Ist doch voll die Verarsche. Warum hab ich... Warum wird auf dem Bild gezeigt, dass der so eine goldene Maske anhat? Laser und Rache. Halt. Halt. Verkaufs... Motto... Masche. Scheiße ey. Kackspiel. Da bist du voll drauf reingefallen. Ja. Aber sowas von. Wie Media Markt auch sagt, ich bin doch nicht blöd. Oh cool. Jetzt hab ich doch mehr... Jetzt hab ich auch mehr Leben. Jetzt hab ich weniger. Mit dem hab ich sogar weniger Leben als mit meinem anderen Charakter. Weil der noch nicht hochgelevelt ist bestimmt. Ja, die sind beide nicht hochgelevelt. Meiner hab ich jetzt... Meiner ist jetzt mit Stern 2. Oh, jetzt will... Jetzt braucht jemand diese Blumen. Diese Kleeblätter. Die goldenen. Äh... Eigentlich nicht. Ja, wahrscheinlich Shadow dann. Nee. Braucht die nicht. Jaja, sagt der jetzt. Ich sammle hier die Umschläge gerade ein. Mhm. Ach, blaaa. Weißt du was. Wasser ist nass. Ach klar, Mensch. Wasser ist nass. Nee. Die Aro nerven. Hallo Aro. Na, Finger weg, Finger weg. Meins. Ach, meins. Hä? Äh... Aro sammelt die ein. Voll, äh, die klaut auch den ganzen Loot, ey. Seid voll uncool. Aber ich muss dir nix alleine... Weißt du, hab ich diesen Blue Gloo gar nicht eingesammelt? Ich hab den... Die ist zwar besiegt, aber ich hab den Blue Gloo gar nicht eingesammelt. Ich hab's eingesammelt. Ja. Ich hab's gesehen, ja. Ich hab nochmal so'n Ding angemacht. So aus. Äh... Ich bin Profi-Bauer. Oh, nee. Das bist du definitiv nicht. Ich hab's ja immer nur, aber das bist du echt. Doch, doch, doch. Ich geh grad voll ab hier, immer nur Bunker. Ich geh grad hier richtig ab. Woah. Jetzt hab ich noch nie was Angstes gemacht hätte. Hahaha, Alter was machst du denn da? Ich hab keine Ahnung. Ich hab hier ne Großparty. Jaa, du schörst mich dann abbauen. ich gehe zu diesem blauen haus ja geh doch weil hier keiner die mission macht ich baue doch hier die radartürme muss man die nicht machen ne ach scheiße echt jetzt oh man ey und generell müssen wir diese ganzen diese hüllenlager zerstören die haben eben gesucht ich habe die nicht gefunden ja wie lange hast du gesucht zwei minuten hier ist ein brunnen muss jemand einen brunnen kaputt machen ja ich muss einen brunnen kaputt machen mach die kaputt mach die kaputt riecht sie auch so ich habe den einen hüllenlager aufgeräumt oh ey kann ich das eigentlich wieder abbauen das ding ich komme zu dir ich sehe es kann es gehen fehlt hier jetzt noch was ja hier unten bei mir fehlt noch was ah da machst du es bitte also ich weiß nicht wie das funktioniert ich habe hier noch nicht gebaut so was im links da würde ich das gerne für dich tun aber ich weiß nicht wie ich habe schon hab schon ah ich sehe ich sehe ich habe ein hüllenlager hier ich habe blu blu brauche blu blu gerne ich nö ich brauche das nicht falls ihr noch ein brunnen seht bitte bescheid sagen oh ja was zahlst du ähm freundlichkeit äh mehr fällt mir nicht einfach ja mal schauen ähm brauchst du jetzt hier noch die umschläge äh naja die fangen jetzt wieder von vorne an man muss ja immer 40 sammeln dann hat man das ding voll und dann bekommt man diese 100 frühlings event dings da weil ich kauf mir die skins eh nicht weil das kacke aus wenn dann würde ich mir nur die gesorge holen ja den würde ich sparen weil es gab ja mal ein halloween event ja und es wird es vielleicht wieder geben ich fand den geil oder ich finde den ab und cool ich finde den auch gerne ja aber ich muss dazu sagen dass den du dir kaufst hast ja doch bei battle royale ja ich möchte gerne in battle royale so eine siche für den haben gibt es aber auch nur bei halloween da ist halt wieder so ein ding das ist halt dieses frühlings äh ähm währung ja das ist halt diese frühlingswährung und zu halloween wird es eine andere währung geben ach so meinst du ja natürlich deswegen würde ich die einfach raushauen ja wenn das wenn dem so ist dann natürlich ja das heißt ja frühlingswährung ja ja ich habe den gefunden ok deswegen holt euch einfach die dinger ich brauch gar nicht mehr und im grunde ja dann geh auch gartenschwänge du wenn ja wenn ihr so ein zeug haben dann haut das einfach raus ich habe noch so ein lager zerstört gut dann haben wir zwei und da sind wir drei und drohne wollen wir die drohne verteidigen wollen wir wollen wir wollen wir wollen wir ich geh jetzt zur drohne ok denkt an das baulimit ne ich baue hier jetzt grad den die mission müsste jetzt eigentlich fertig sein oder welche äh mit den mit den hüllen lagern ich habe jetzt drei stück hier gemacht dann müsste es fertig sein ne ja ist fertig kommt noch wer zur drohne ich bin unterwegs ich brauche grad den ach ach so der bohr muss weg die haben noch einen drohnen gefunden die haben noch einen drohnen gefunden jaja ja jetzt spricht sie auf einmal englisch ja das war ganz am anfang war das auch so ja ich habe gerade einen bug dass die Feinde auf der map nicht angezeigt werden vielleicht werden die aber auch nur beim stummstuhl verteidigen bzw. beim hinder angezeigt bei der hauptvision quasi ich brauche Hilfe bei der drohne ich nehme die Seite dann ja ich nehme die hier ich nehme die ja ich nehme die auch geile ich habe einen neuen Huf geht irgendwie ein timer ja das ist die drohne alles gut sehr schön Oh, Holz. Gut, da hinten ist der Atlas. Da können wir doch da hin. Ich gehe mal ein bisschen mit dem Hoverboard rum. Ah, guck mal, hier ist Feuerwerk. Yay, Feuerwerk. Ja, das sollte man vielleicht auch machen. Komm in der Nacht zurück. Ja, ja. Vorher solltest du es vor Höhlen schützen. Aber da kriegt man ja auch wieder schöne Waffen. Ich glaube, das hier brauche ich für eine Mission. Irgendwo war ein Knall. Ja, ich habe hier gerade so ein Troll vermöbelt. Äh, Feuerwehrauto muss noch immer noch, oder? Nee, nee. Woher nicht, würde ich. Okay, dann hole ich mir mit Höhlen. Ein Häschen soll ich in die Luft jagen, aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Ja, ich glaube, das müssen wir alle. Ein trojanisches Häschen. Oder? War das Trojanisches? Äh, das heißt, glaube ich, also ich hatte es glaube ich noch nicht. Oh, da drin ist eine Kiste. Ich nehme mich doch gern. Autsch, geh weg. Nix mehr bauen. Ja, das, das geht ja, das, ob das jetzt ohne weiteres geht? Ja, da musst du. Es ist jetzt 90. Musstest du schon wieder übertreiben, ja? Wieso sollte Frust gebaut werden? Wenn ich da jetzt hinkomme, steht da ein Schloss? Äh, ja. Okay. Ich habe 800 Metall rausgehauen. Boah, ey. Boah, ey. Oh, wollen wir Feuerwerk machen? Feuerwerk. Ja. Ja, toll. Errichte Verteidigung. Ja, probier es. Das ist okay, das kannst du doch. Das darfst du halt noch nicht so nah am, am Dings machen. Das Feuerwerk ist sehr weit weg, da können wir, da können wir bauen. Willst du es reduzieren? Okay, ich bin jetzt Spielverteidiger. So, ich zeige dir, wie das geht. Und jump out out. Nein. Ja, hast du recht, ja. Wie überraschend, er hat recht. Ups. Na, einmal kannst du auch recht haben. Ich starte das jetzt einfach mal. Gezündet. Das ist aber eine lange Lunte. Schätze das Feuerwerk. Hey, komm! Wie lange? Äh, eine Minute 25. Echt, mir werden wirklich keine Feinde auf dem Radar angezeigt. Wir werden hier jetzt aber auch keine Feinde angezeigt. Ne, mir werden auch keine angezeigt. Doch, doch, rote Punkte habe ich. Ja, rote Punkte sind diese Feuerwerksdinger. Achso, ja, dann hören wir mir aber auch. Also die nicht ausgemalten Kreise. Die Thumbnail-Kreise. Okay, ich guck mal, ich guck mal um, ne. Ja, du musst ja sowieso deinen Loot selber abholen. Oh, ja. 26 Sekunden. Ein neuer Move ist gut. Was macht der? Da geht mir die so aus. Miam. Fertig. Ja, Feuerwerk. Juhu. 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 Ein Drachen-Lama. Okay, ich habe was Goldenes bekommen. Schau mal hoch. Es regnet Beute. Brennende Beute. Äh. Oh, ich brinne doch gar nicht. Das ist eine Scope AR. Wow, in Gold. Voll cool. Ich habe nichts bekommen. Ich habe nur einen scheiß Knochen oder was ist es? Gar nichts bekommen. Und Steckschlüsselkack direkt da. No. Die Begeisterung hält sich in Grenzen. Nur zwei sind begeistert und zwei sind muffig. Also ist doch schon mal die Erste zufrieden. 50%. So, dann beenden wir jetzt mal das Ding hier, oder? Ja. Beide. Let's go.